Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit Nachrichten. 50 Atomkraftwerke sollen in der Bundesrepublik während der nächsten 10 Jahre errichtet werden. Jedes Einzelne kann eine Millionenstatt mit Strom versorgen. 1985 soll der Bundesrepublik von der Hälfte des dann benötigsten Stroms anstatt von 15% des gesamten Energiebedarfs aus Atomkraftwerken steigen. Dazu aber ist die Übung, dass spätestens im letzten Jahr für 13 weiter das deutsche Atomkraftwerke stattdessen, stattdessen, auch im Baugengewesen erteilt werden. Durchschnitt durch eine zweite Woche und den Bundesrepublik während der nächsten 10 Jahre errichtet werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Radioaktivität Radioaktivität Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017